Ich bin auch schon seit 30 Jahren. Ja, also das ist ein Karantall-Schwarnbauer. Und die letzten Jahre bin ich auch noch ein Wohngreffender aus der Rittung. Ich bin auch schon seit 30 Jahren. Ich bin auch schon seit 30 Jahren. Ich bin auch sehr gerne. Ich mache das mit Dritt. Und wie vor sich kommt, diese 56, ich kenne auch die dritte Zeit, wo ich grüßen, die Menschen ja alle oft rauf. Also wo ich ... 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 Und da haben wir, wenn wir halt draußen sind und da am Stichkopf zusammen verraten sind, da halten wir halt am Kugnet-KV, aber es fällt sich auch wieder runter, das fällt, dass wir das Wetter auf die Versuchstapel. Und da habe ich gedacht, nein, halt, bleibe ich herum, da werden wir wieder auf die Versuchstapel. Dann haben wir hier in Spanien die Schützung geschehen, der hat 10 Witz über die Strühe gehabt. Da, ja, also da oben, 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 da oben. rainbow luchen « Shinûf,". Die kleinen Schützer von ehren so in Solven� auch ganz ganz voll noch. Ich entonces habe es, ich veces nicht gehört, dass wir noch ein bisschen kloppen am Bellen. Diese Prayer ist auch ab, ich habe mir gesagt, die Paralleledger für EUR die space Howitz Achill zwölf, so glaube ich freut sich auch sehr schön. Es wird heute mit dem LImpfugenstamm der Tür und aus der Tür schon gepasst. Aber am Ende ist der Punkt, dass das ganze LImpfuger kommt. Hier habe ich noch einmal in der Tür gezeigt, dass er schon mal drüber ist. Aber ich habe das schon geplant, dass das alles gut oder gerade kommt. Vielen Dank.